Herzlich Willkommen zum Performance Manager Podcast, dem Experten-Podcast für Business Intelligence und Performance Management. Inspirationen, Know-how und Impulse für Controller und CFOs, die noch erfolgreicher sein wollen. Ihr heutiger Gastgeber Peter Blum. Herzlich Willkommen zum Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Der Gewinner des Advisio Award 2018 für das beste Projekt des Jahres ist gekürt. Sie möchten wissen, welches Unternehmen mit welchem exzellenten Projekt gewonnen hat? Dann ist dieser Podcast genau der richtige für Sie. Aber der Reihe nach. Ein Abstecher zum Hackischen Markt gehört für mich zum absoluten Pflichtprogramm bei jedem privaten Berlin-Besuch. Ich liebe es, durch die idyllischen Jugendstilhöfe zu schlendern. Und dabei habe ich mich immer wieder gefragt, wer verfügt über so viel Know-how und Fingerspitzengefühl, alten Baubestand mit Geschäften, Büros und Cafés ein neues pulsierendes Leben einzuhauchen. Viele ähnlich gelungene Projekte fallen mir ein. Hatten Sie schon einmal die Gelegenheit, das Karlswerk in Köln zu bewundern, wo sich historische Industriearchitektur in ein lebendiges urbanes Stadtquartier verwandelt hat? Oder die alte Waggonfabrik in Mainz, wo rein hessische Industriegeschichte zu einem attraktiven Gewerbestandort geworden ist? Inzwischen kenne ich das Unternehmen, das hinter diesen und vielen vergleichbaren Projekten steht. Es ist die BEOS AG. Ein bundesweit tätiges Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, das sich mit der Entwicklung bestehender Gewerbeflächen einen Namen gemacht hat. Und Sie ahnen es bereits, für seine Innovationskraft im Controlling hat die BEOS AG nun den Advisio Award 2018 erhalten, mit dem wir seit 2013 einmal im Jahr Business Intelligence Projekte prämieren, die sich als herausragend und beispielhaft erwiesen haben. BEOS hat sich auf die Entwicklung und die Verwaltung von Gewerbeimmobilien spezialisiert. Das Geschäftsmodell erfordert eine stark prozessorientierte Arbeitsweise. Einer Best-of-Breed-Philosophie folgend, werden hierzu gezielt für jeden Bereich, für jede Abteilung die am besten passendsten IT-Werkzeuge eingesetzt. Gleichzeitig ist es für BEOS aber wichtig, jederzeit die volle Kontrolle über die in den unterschiedlichen Prozessen und IT-Werkzeugen vorhandenen Daten sicherzustellen. Das Ziel unseres Projektes bei der BEOS AG war und ist es, dem Management ein professionelles und aktuelles Reporting automatisiert zur Verfügung zu stellen. Bei der Preisvergabe war für uns ausschlaggebend, wie konsequent das Unternehmen an das Projekt herangegangen ist. Von der Erstellung der strategischen Roadmap bis zum Projektmanagement mit definierten Meilensteinen verfolgt das Unternehmen eine klare Strategie. Den technischen Kern des Projektes bildet der Microsoft SQL Server als Basis für die Datenpflege sowie als Analyse-Datenbank. Und in Verbindung mit Microsoft Power BI ist das System in der Lage, die unterschiedlichen Datenquellen zusammenzuführen und transparente, einheitliche Berichte zu erstellen. Durch die neuen Möglichkeiten hat das Unternehmen die enormen und stark weiter wachsenden Mengen an Daten zu Mietern, Projekten, Investoren und nicht zuletzt Buchhaltungszahlen optimal im Griff. Mein Geschäftsführer, Kollege und Projektleiter Alexander Küpper sagt zu dem Projekt BEOS, hat den Grundstein für die Bewältigung zukünftiger Herausforderungen der Digitalisierung gelegt und dabei beeindruckende Arbeit geleistet. Die beispielhafte Vorgehensweise und die exzellenten Ergebnisse waren für die Advisio-Jury Grund genug, den Advisio Award 2018 an die BEOS AG zu vergeben. Und so freuen wir uns, der BEOS AG herzlich zum besten Projekt des Jahres 2018 gratulieren zu können. Auch Ihnen wünsche ich weiterhin exzellente Performance und eine schöne Adventszeit. Ihr Peter Blum Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.